Ich bin hier im Shinkansen, ja, im Shinkansen! Den gibt es nicht nur in Japan, in Hochgeschwindigkeitssucht, der knallt ja auch durch Taiwan mit 350 Sachen, durchs ganze Land. Wie? Ja, Shinkansen ist aber ganz schön teuer. Aber am meisten, was man hier nicht darf, man darf nicht telefonieren. Wenn man telefoniert, muss man ganz viel Spaß bezahlen, wie überall in Taiwan. Darum gibt es extra hier sogar eine Telefonzelle. Genau, und in den Telefonzellen, da darf man telefonieren, sonst nicht. Ja, das war eine richtige Anreise. 40 Stunden aus Hamburg, nur um hier Shinkansen zu fahren. Wie heißt nicht Shinkansen? 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 Ja. 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 Ja.